Ja moin moin meine Yu-Gi-Oh Freunde, heute begrüße ich euch für eine neue Folge Yu-Gi-Oh Millennium Duels und ja Rex Goodwin ist heute unser Gegner, ja dein Mond und Sonne Deck. Wir lassen uns mal überraschen, wie gesagt, das müssten zwei Synchro Drachen sein, wenn ich mich recht entsinne. Und ja, ich würde mal sagen, wir fangen an. Wir hatten das letzte Mal das Cyber Deck und Oli, ich probiere es einfach nochmal mit dem Kristall Deck. Entweder kriegt man wieder auf den Sack, wie beim letzten Mal, oder es klappt, ich habe keine Ahnung. Ich bin immer noch perplex, weshalb das letzte Mal nicht geklappt hat. Wir nehmen die Faust, wir setzen uns heute gleich frontal durch, aber leider wollt ihr erst lieber sanft haben. Wir müssen auch anfangen. Okay, jetzt bin ich gespannt, meine Pumpe geht, ich habe gerade Minecraft aufgenommen. Und für die Folgen, oh mein Gott, Leute, das waren wieder solche speziellen Folgen, sage ich nur. Okay. Er geht schon mal in Verteidigung, das finde ich schon mal nicht schlecht. So, warte mal, ich muss mal schnell nachlesen, falls die so offene Karte zerstört, oder? In der einen Monsterkarte, okay. Dann machen wir das jetzt einfach mal so. Dann machen wir das so. Und dann möchte ich, dass ja jetzt ein Monster spielt. Und dann müsste das ja eigentlich klappen. Genau. Äh, warte mal. Wenn diese Karte durch Kampf, okay, passt. Wenn diese Karte durch Kampf, okay. Aha. Da hast du dich natürlich wieder gerettet. Selbstverständlich. Diesmal klappt es auch mysteriöserweise. Das war bestimmt irgendein Spezialeffekt von irgendeinem Zombie-Monsters das letzte Mal, dass die nicht in die Fallenkartenzone gesetzt wurden. Da kannst du mir sagen, was du willst. Ganz ehrlich, falls du zwei oder mehr Kristall- und Goldkarten hast. Äh, Fallenkarten-Luna hast. Ja, dein Gegner bestimmt eine Kristall- und lege sie auf den Friedhof. Achso. Das ist eigentlich nicht schlecht. Hm. Okay, na, dann machen wir einfach mal. Okay, komm, wir machen das jetzt einfach mal. Oh mein Gott, Alter. Ich hab's falsch gemacht. Ich glaub mal, jetzt wird er zerstört. Jetzt bin ich gespannt, Leute. Jetzt ist er ja aufgedeckt. Achso. Ja. Er ist ja nicht stark genug. Oh mein Gott, Leute. Fail for win. Okay, komm, man wird's denn, ja. Wir machen, wir hauen gleich drauf. Wir haben, äh, ja, er möchte das zwar, aber... Wir brauchen auch ein paar... Ah, ich hätte eigentlich schon den anderen angreifen können, oder was sagt ihr? Na, was kommt jetzt für einer? Noch so eine komische Ratte, okay. Riesenratte. Ohohoho. Ich habe Angst vor der Riesenratte. So, wartet mal, ich muss mal schnell zu meinem Handy greifen. Ah, also das mit einem Kristallungeheuer Deckartin hier. Ein Cyberdrache, aha. Okay. Jetzt kommt ein Stufe 8. Jetzt kommt bestimmt einer von diesen komischen Drachen. Das letzte Mal wurde mir in die Kommentare geschrieben, ja, das passt ja mit Rex Goodwin. Goodwin, der Sonne, ja, Sonnendrache. So viel zu dem Thema. Äh, der hat 3000 Angriffspunkte, oh mein Gott, der ist stark. Hm. Okay, machen wir erstmal so. Oh mein Gott, ich ziehe genau die gleichen, das ist ja mal richtig ätzend, Leute. Ja, aber weil wir noch einen davon brauchen. Okay, das bringt mir jetzt den Sinn, oh, gerade nicht viel, wartet mal. Stufe 4. Es wäre zwar da was, aber, ja, ich soll das so. Du kannst diese, die Zauberkarte, die du kontrolliert, auf den Friedhof legen und deine Zauberfallkarte zu. Das ist schon die, die dein Gegner kontrolliert. Okay, bringt mir da jetzt in den Sinn auch nicht viel. Okay, also müssen wir das machen. Okay, dann müssen wir dann wohl über ein paar Lebenspunkte opfern. Lassen wir das erstmal dabei. Nein, es wurde mir das letzte Mal unter mein, äh, meistgeschautes Video, das sind schon über 4000 Aufrufe. Hammergeil, Leute, richtig geil. Äh, wurde mir in die Kommentare geschrieben, äh, das war bei einem erdgebundenen und unsterblichen Deck. Äh, das ist denn, ähm, so und so. Komm, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich mach das jetzt einfach mal so. Oh, ich hab mich vergessen, beschäftigt zu stellen. Naja, egal. Heute geht das auch mal. Ähm, dass es sechs erdgebundenen und sterbliche gibt, ja. Aber ich muss mal dazu sagen, okay, das klappt. Ähm, wo ich damals das Tutorial-Video hochgeladen hab, das war der Vorgängerteil von denen jetzt, ja. Und, ja. Äh, beschwöre ein Christa Ramon zu, als speziell von deinem Deck, du musst zwei, oder, okay. Hm. Okay, dann machen wir das jetzt so. Und nehme unseren Jafir-Pegasus. Eigentlich müsste Verteidigung gehen, oder? Genau. So. Dann nehmen wir den Kobold-Adler. So, jetzt könnten wir natürlich so machen. Und könnten das alles ein wenig fixen, was er da hat. Warte mal, wie viel haben wir denn jetzt? Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, und Rabinka-Funkel fehlt da noch. Dann können wir eigentlich schon unseren Regenbogenblachen beschwören. Rein theoretisch. Aber wir machen das ja auch. Wir machen das so, Leute. So, okay. Dann können wir ja jetzt, machen wir den. Okay, komm. Mach den. Eigentlich könnten wir davon eigentlich auch noch mehr machen. Können wir die eigentlich alle nehmen? Nee, wir müssen uns jetzt von fünf entscheiden, Leute. Den, den. Nee, vier Stück gehen. Okay. Ich hätte natürlich da noch ganz gerne eine Smaragd-Schild-Kräuter. Okay, machen wir es so. Anderes Modus. Da kommt der. Okay, dann machen wir das jetzt so. Hä, 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 hä. Okay, läuft auf jeden Fall gerade bei uns. So, jetzt nehmen wir ein... Warte mal, wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf. Die fehlt jetzt, ja. Ah, die ist da, okay. Okay, dann nehmen wir einen Rabica Funk, ey. Machen wir den. Ich würde sagen, jetzt greifen wir erstmal an. Jetzt können wir den richtig hart angreifen und kontern. Und ja, der ist da. Ich weiß jetzt nicht, ob ich der eventuell dann hier unsere Regenbogen-Schwerkraft aktivieren kann. Das wäre natürlich nice. Auf jeden Fall meine Smaragd-Schild-Kräuter. Ich sehe gerade, wir hätten auch schon Schluss machen können, sehe ich gerade. Aber naja, warten wir erstmal ab. Was denn da Herr Gutwin jetzt macht? Und ja, das mit den 6 erdgebundenen, das war so eine Sache. Da in dem Vorgängerleiter nur 4 hier im Spiel integriert worden. Da gab es noch nicht alle. Aha. Das ist ein Stufe 6er. 2,5 hat er. Machen wir so. Okay. Kann ich auch noch nicht aktivieren. So ein Mist. Lege ein Kristall. Oder jetzt soll ich eine Fallkarte auf dem Friedhof wieder eingeben. Zerstöre das gewählte Ziel. Okay. Dann machen wir das so. Hm. Der muss auch hierher. So, jetzt klappt das nämlich. Jetzt müsste ich einen Regenbogen-Drachen beschworen können. Und dann müsste ich damit Schluss machen können. Ja. So, Leute. Was hat denn der eigene? Einmal pro Spiel zu Karte zu einer offenen Sorge. Gerade wählen die du kontrollierst. Lege das gewählte Ziel aufstecken zurück. Falls die Karte zerstört wird. So lange diese... Karte hier. Eine permanente Zauberung. Wenn wir fallen haben. Jetzt steht das auf dem Friedhof. Achso. Ist mir egal. Ich kann angreifen. Und jetzt ist so. Was ist das denn? Oh. Ähm. Okay. Das war natürlich jetzt nicht geplant. Und da kriegt er auch noch 2000 Lebenspunkte. Das ja mal hart. Und jetzt hat er wieder ein 3000er. Uuuuuh. Auch nicht so prickelnd. Okay. Rabbinka Funke. Das war's für dich. So. Weg mit der Karte. Nein. Nicht aktivieren. So. Und. Was machst du jetzt? Okay. Oh. Schon wieder dieses komische Ding. Und eine verdeckte. Okay. Jetzt muss ich nur noch da dran vorbeikommen. Was ist das denn? Oh. Oh. Mein Gott. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Der macht's hier richtig spannend. Muss ich mal noch so anmerken. Hm. Beschwung ein. Okay. Okay. Das wird ja dafür. Jetzt bräuchte ich meine Amethyst Katze. Da könnte ich nämlich direkt angreifen, Leute. Okay, komm. Wir machen das jetzt so. Was ist das denn? Was ist das denn? werden in dem spiel zu eines beliebigen spieler du kannst alle kristallungheuer monster die du kontrollierst auf dem friedhof legen diese karte erhält für jedes auf den friedhof gelegte karte du kannst alle kristallungheuer monster von deinem friedhof verbannen mich alle karten spielfeld du kannst alle kristallungheuer monster von deinem friedhof verbannen mich alle karten auf dem spielfeld ins deck da würde ich jetzt immer ganz gerne wissen ob das jetzt nur mich betrifft oder ob das prinzipiell alles betrifft aber dann auch mein regenbogen drachen leute mit dem spezialeffekt okay entweder mehr entweder mehr gewinnen oder mehr verlieren ok mein gott alter wieso konnte ich den anderen spezial effekt jetzt nicht aktiv werden was ist das denn einer kriegte den blösen zerstörstehen ja das war jetzt ätzend leute noch mal so die ich aktiviere und zwar morgens eventuell den nächsten zug klappt das sein eine verdeckte so der ist jetzt mehr als nur stark ich mach das jetzt noch mal ich will das jetzt wissen so jetzt geht er so genau schmeiß alles weg nein nicht aktivieren okay hm falls diese karte mund zu deines gegners angreifte hältst du nur oh mein gott alter das sind okay könnten wir aber noch schaffen so 500 hat er jetzt noch das ist mal ein duell ich habe nur noch 4000 lebenspunkte ich gerade eine verdeckte so jetzt alles oder nichts leute die hebe ich mir mal auf die schwimmen mal so als täuschung ich greife jetzt auf jeden fall an komm das kann jetzt nicht wahr sein oder ey das kann doch jetzt echt nicht wahr sein das glaube ich doch jetzt nicht halt ja auch auf der gejagten alter und dann noch so eine scheiß stark karte ich könnte kotzen okay kommt aber dennoch wir müssen unsere karten wieder oh mein gott jetzt habe ich den effekt ich glaube jetzt haben wir uns selber die eigene scheiße geritten würde ich mal sagen leute oh mein gott jetzt ist jemand regenbogen da bringt man aber nicht denn auch nicht hier weil ich meine ganzen monster auf aus dem spiel fern tapfer sein kann noch ein davon und dann schneiden mammut hmm Das müsste eigentlich klappen. Wenn das jetzt nicht klappt, dann habe ich verloren, Leute. Okay. Okay. Das war mal ein richtig nice Duell. Schlummer, es hat dir auf jeden Fall gefallen, Olli. Wahnsinn, Alter. Wahnsinn. Ich habe gewonnen. Hammer, geil. Ich bin echt zufrieden mit diesem Duell. Egal, dass das jetzt auch so lange geht, weil mir jetzt so wusst. So. Apochia ist unser nächster Gegner. Die nächste Verbündete. Da werden wir uns auch freuen können, weil guckt euch mal die Karte an. Die scheint richtig was auf dem Kasten zu haben. Lasst uns überraschen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Das war Schauzerrein. Und das liebe es zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.